Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Triple Unboxing für dich, denn ja auch bei mir sind die Look Fantastic Beauty Boxen eingetroffen, die man im Look Fantastic Beauty Boxen Sale oder sowas ergattern konnte. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gab so Bundle-Angebote und das Fixkosten-Degressiv-Günstigste-Angebot war nun mal alle drei Boxen zu bestellen. Box 1, 2 und 3. Ich weiß jetzt nicht, von welchen das dann sein wird. Ich gucke mal. Genau. Und die haben dann 30 Euro insgesamt gekostet und sollen einen Warenwert von 165 Euro beinhalten. Genau. Das fing irgendwie an. Eine Box für 15 Euro, zwei Boxen für bla und drei Boxen für 30 Euro. So. Ja. Ne? Ich bin gespannt. Ich will mal mit euch zusammen reingucken. Und ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe jetzt hier die 123-82624 als Codenummer draufstehen. Weiß jetzt noch nicht, ne? Was sich denn darin befindet. Für mich ist es ganz praktisch, weil ich kann dann diese Kartons als Versandkartons weiterverwenden. Das mache ich ja gerne bei Verlosung. Ja. Und es sollen Boxen sein, was quasi schon irgendwann mal in der Vergangenheit Boxen waren. Und dann gucke ich mal, dass ich euch dann die jeweiligen Anboxen oben im i verlinke. Und dann schauen wir mal, ob ich auch übrigens herausfinde, welche das denn ist. Wir haben hier erstmal so eine recht schwere, beinrote Box. Zack. Tada. Der Deckel ist entfernt. We feel this in the pursuit of what sets your soul on fire. Okay. Sei furchtlos in der Durchsetzung, um das zu machen, was deine Seele zum Brennen bringt. November 2020 habe ich hier drin. Das ist ein englisches Heftchen. Okay. Dann habe ich hier einmal die Box. Ich mache das jetzt nicht super detailliert, wie das normalerweise bei den Unboxings der Fall ist. Weil die Box habe ich ja im Prinzip schon einmal mit euch zusammen intensiv geöffnet. Ich bin aber gespannt, ob es vielleicht Produkte sind, die ich geil kann. Oder vielleicht habe ich auch alternative Farben oder sowas drin. Das Ganze startet mit einem Lip Liner von... Nee. Das ist kein Lip Liner. Das ist ein Dore Eye Pencil. Das ist ein anspitzbarer Stift. 230 ist die Farbe. Und ich habe hier drin 0,7 Gramm. Das ist dieser hier. Ich könnte jetzt theoretisch, ich weiß aber noch nicht, ob ich das mache, diese Produkte auch in meinen Full Face aus Beauty Boxen für den Monat Mai nehmen. Ich gucke mal, ob ich das mache. Wir müssen mal gucken. Als nächstes habe ich hier mit drin... Achso, das ist übrigens so ein schönes Gold. Kupfergold. Mag ich gerne leiden. Dann habe ich von Polar Ice Pure ein Micellenwasser drin. Da sind enthalten 50 Milliliter. Sowas kann man auch durchaus gebrauchen. Da kann man sich nicht beschweren. Ich persönlich bin kein Fan von Micellenwasser. Das musst du definitiv immer abwaschen. Und ja, das mag ich nicht so gerne. Ich bin da ein bisschen praktisch veranlagt. Übrigens, normalerweise sind in diesen Look Fantastic Beauty Boxen fünf Produkte mindestens enthalten, die von hochpreisigen Marken meistens sind. Ich meine, das merken wir, Polar, Lord & Berry. Und du kannst, wenn du möchtest, meinen Freunde-Werben-Freunde-Code verwenden, den ich dir hier mal einblende, packe ich auch in der Infobox. Dann sparst du ein bisschen was. Und ich sammle damit auch ein paar Beauty Points bei Look Fantastic, um dort im Online-Shop gegebenenfalls vergünstigt einkaufen zu können. Das ist, wie gesagt, ein Freunde-Werben-Freunde-Code. Finde ich ganz nice. Und ja, so könnt ihr auch ein bisschen sparen. Diese Aktion habe ich übrigens auch geteilt auf Instagram. Falls du mir dort noch nicht folgen solltest, verpasst du was. Denn da teile ich einiges. Auch Sachen, die ich dann vielleicht dann doch nicht kaufe und nicht hier vorstelle. Ich heiße A.I.D. White P. Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau. Das sind dann halt, ne? Das teile ich in meiner Story. Und da nehme ich euch manchmal auch so ein bisschen mit in meinem verrückten Leben. Von Philip Kingsley. Das ist eine sehr hochpreisige Marke für die Haare. Pure Color Fizz-Frizz-Fighting Gloss Brilliance Anti-Fristossis. 20 Milliliter sind hier enthalten. Das wird wahrscheinlich so ein Leave-In sein oder so. Ja, ist ja auch ein Gloss, ne? Genau. Das machst du dir dann wahrscheinlich nach der Wäsche einfach in die Haare rein. Von Nao Bay haben wir hier was drin. Also irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Aber die Produkte kommen mir gar nicht so ultra bekannt vor. Das ist Detox Unpolluted Oxygen Light Cream mit Aloe Vera, Grüm-Tee, Ginko, Raspberry, Himbeere, Jojoba-Öl, hier, Mandelöl, Süßmandelöl und Grape Seed Oil. 50 Milliliter. Und sowas ist ja eigentlich eine Full Size, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Von This Works. Ich liebe diese Marke. Perfect Legs Skin Miracle. Ah, jetzt erinnere ich mich daran. 30 Milliliter sind hier enthalten. Und ich glaube, das hatte ich auch bei mir mit drin. Und ich glaube, das war gefärbt. Ich glaube, das mochte ich nicht. Ja, weil ich habe ja so mega weiße Beine. Und wenn ich mir dann was Gefärbtes drüber mache, das sieht nicht aus wie eine Strumpfhose aus der Tube. Das sieht einfach nur merkwürdig aus. Und als letztes habe ich hier ein Nagellack drin. Und zwar Be Your Incredible Self with Nails Inc. London. Die Farbe finde ich aber schön. Portland Square ist die Farbe. Ich glaube, die hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte eine andere drin. Schön. Also das war eine schöne Box, definitiv. Und die im Sale zu ergattern für im Prinzip 10 Euro. Das ist krass. Ich blende euch ja auch immer ein, was dann die Produkte wert waren und was dann der Gesamtwert von der Box dann ist. Ist schön. Also für mich ist es so, einen Teil der Produkte werde ich dann natürlich behalten. Ein Teil wird weiter wandern. Ja, weil ich ja auch viele Verlosungen mache und Tauschpakete und so weiter. Und Familie und Freunde freuen sich auch immer darüber, wenn ich den Pakete packe. Heute habe ich noch so ein paar Pakete gepackt für meine Mädels, mit denen ich vor ein paar Tagen einen Skype-Mädelsabend hatte. Und die konnten dann durch meine Kiste quasi so online gehen. Das war ein bisschen verrückt. In meiner Aussortetkiste konnten die dann, da konnten die stöbern. Ich mache jetzt mal die nächste Box auf. Und dann hatte ich natürlich noch das eine oder andere mit beigelegt. Und ja, ich bin quasi der Drogerie. Hier habe ich die nächste. Das ist so eine orange-pastellige Box. Ich glaube, die ist noch gar nicht so lange her, oder? Jedenfalls kommt mir die Farbe gerade so bekannt vor. Das ist die Edition 02. Das ist dann wahrscheinlich Februar dieses Jahr gewesen. You are loved, you are worthy, you are magical. Ja, kommt mir bekannt vor. Ist dann die Valentins-Ausgabe gewesen aus diesem Jahr. Das finde ich schön. Ja, weil ich habe heute noch Ablage gemacht und da auch meine ganzen Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit abgelegt. Und hier haben wir dann den Look in die Box. Genau, den Blick in die Box. Das war, genau, richtig schön dekorative, kosmetiklastig. Da habe ich einmal von Magnetone London Wipeout Swipes, Eco-Friendly, Microfiber, bla bla bla. Das sind so Mikrofaser-Abschminkpads. Kann man gut gebrauchen und da kannst du auch nicht genug von haben. Das sind jetzt zwei Stück hier drin. Ich möchte zu diesen Pads einfach nur eine kurze, wie auch immer, mit an die Hand geben. Habe ich bei mir alle aussortiert aus dieser Form, weil mich diese Naht genervt hat. Immer wenn ich dann Toner damit aufgetragen habe oder wenn ich mich damit abgeschminkt habe, hat mich die Naht tatsächlich gestört. Ich bin ja ein sensibles Häutchen und das machte ich einfach nicht vom Gefühl her. Das war mir zu intensiv. Den habe ich schon. Der ist schön. Ela Mascar Beyond Veil Skin Glowing Gel. 6ml. Das kann man auch super als Primer verwenden. Und der gibt halt wirklich einen schönen Glow aufs Gesicht. Und den habe ich auch schon in meinen Full Face Beauty Boxen von Februar verwendet. Kann ich die auch mal nicht oben durchlaufen lassen. Richtig geil. Auch diese Creme hatte ich heute schon in den Händen, weil ich ja schon für meine Mädels durch meine Boxen gegangen bin. Die habe ich auch schon da von Madara, die SOS Hydra Recharge Cream. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, die auszutesten. Da sind jetzt 20ml enthalten. Habe ich aber noch nicht verwendet. Madara ist eine ganz tolle Marke. Die habe ich auch schon mal. Also mit denen hatte ich schon mal eine Kooperation. Die haben mir ihre Foundation, ihren Concealer zugeschickt und auch ihre Glow Drops. Mega geil. Wirklich. Also das hat mir gut gefallen. Ich glaube vor zwei Jahren hatte ich die Kooperation zu meinem Geburtstag. Habe ich da ein paar Produkte bekommen. Oder ich habe mein Geburtstags Make-up damit geschminkt. Ich glaube schon. Das war schon ziemlich cool. Oder war das das Valentinstags Make-up? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz tolle Produkte für Trockner Haut. Sehr gut geeignet, weil die sehr reichhaltig und feuchtigkeitsspendend sind. Dann habe ich hier drin von Balance Me die AHA Glow Mask. Ich glaube letztes Mal habe ich die weggetan, weil ich Angst davor hatte. 10ml sind hier enthalten. Und das ist ein veganes Produkt. Ich verwende ja aktuell auch den AHA Glow Booster von Beauty Mates. Und dadurch hat meine Haut und mein Herz sich an AHA herangetraut. Also sprich an Fruchtsäure. Habe ich ja immer sonst gesagt, nee, besser nicht. Habe ich Angst vor. Meine Haut reagierte drauf. Hat sie damals tatsächlich auch. Aber ich glaube mittlerweile habe ich sie ganz gut dran gewöhnt. Und ihr gefällt das. Also von daher, why not? Kann ich auch mal ausprobieren. Das waren jetzt schon vier Produkte. Wir haben hier aber noch zwei weitere drin. Einmal dieser Eye Gloss von Aieco. Galactic Glit Gloss. Den hatte ich auch in dieser gleichen Farbe. Den hätte man alternativ auch in Silber haben können. Furchtbar. Wirklich furchtbar. Wenn man Schlupflider hat. Also ich habe leichte Schlupflider. Aber wenn man solche Schlupflider hat, wie ich sie habe, Finger von lassen. Weil das ist eher sowas, was man halt so als, ich mache das nur für ein Fotolook verwendet. Weil im Alltag, das ist ja alles rutschig und flutschig. Ist nicht meine Welt. Und glitzerig und bröckelig. Und war ganz grausam. Ich habe echt den Look noch retten können. Dann habe ich hier von Bubble Tea zuallerletzt noch eine Handcreme mit dabei. Strawberry Macaron Hand and Body Butter. 50ml. Die habe ich noch gar nicht ausgetestet. Die ist noch in meiner Backup-Sammlung. Die muss auch noch ausgetestet werden. Ja, genau. Also ich habe sie jetzt nochmal da. Und das war jetzt die Februar-Edition. Ich finde es schon cool, dass wir jetzt tatsächlich in beiden Boxen schon mehr als die üblichen fünf Produkte drin hatten. Also mag ich. Bestell ich mich nicht. Ich hierraschel ein wenig. Irgendwie hatten wir da auch wirklich Boxen jetzt bislang bei. Die mir auch schon beim Unboxing damals, beim ursprünglichen Unboxing gefallen haben. Und jetzt, oh, ich habe gar nicht gesagt, welche Box das war. Das war die 1, 2, 7, 9, 3, 4, 7, 7. Die hatte ich jetzt hier drin. Und dann habe ich jetzt hier die dritte Box. Das ist die 1, 2, 7, 9, 3, 4, 8, 4. Jo. Dann richte ich hier mal auf. Ratsch! Oh, ich liebe es, wenn das in einem Zug passiert, ne? Das hat ja zweimal funktioniert. Hm, guck mal, die ist doch auch aus diesem Jahr, oder? Die kommt mir auch bekannt vor. Die habe ich nämlich, als ich heute mal eine Ablage gemacht habe, gesehen bei den Heftchen. Weil ich dann immer meinen YouTube-Kanal zu lösen nehme. Und dann nach den einzelnen Boxenfiltern, so schaut die aus. Das ist irgendwie zum... Entweder war das zu Black Lives Matter oder zum Weltfrauentag. Beauty Beyond Boundaries ist nämlich die Ausgabe gewesen. Aber ich glaube, der Inhalt war nicht so geil. Mal gucken. There is no force more powerful than a woman determined to rise. Also da ist keine Kraft stärker als eine Frau, die wachsen möchte. Eine relativ leichte Box. Mal schauen. Müssen wir mal schauen, sage ich irgendwie gefühlt die ganze Zeit, ne? Man muss immer mal schauen. Das ist eine Überraschung für die Box, Leute. Und ich stehe auf diese Überraschung. Ja, die ist recht neu. Denn ich kann mich auch noch daran erinnern, hier ist jetzt kein Fire mit dabei. Läuft bei ihm. Aber auch hier haben wir sechs Produkte drin. Dass ich diesen Pinsel auch in einem meiner Full-Face-Beauty-Boxen verwendet habe. War das dann die März-Box? Ist wirklich noch nicht lange her. Das ist so ein doppelseitiger Augenbrauenpinsel. Ist eigentlich ganz geil. Kann ich nicht einfach meinen nehmen? Wo ist meiner denn? Er ist zu weit weg, Leute. Ich mache das Ding jetzt auf und nehme ihn in die Hand. Ich habe hier ziemlich viele. Also wenn ihr mir auf Insta folgt, dann wisst ihr, wie viele Pinsel hier neben mir stehen. Viele. Ja. Meiner ist nämlich oben bei diesem Pinsel-Gedönsen nicht ganz so nice. Also der ist ein bisschen ausgeflattert. Aber das Leben als solches ist eines der härtesten. Aber das ist ein Pinsel, den ich jedes Mal verwende, wenn ich mich schminke. Sei es, dass ich diesen Spoolie für meine Augenbrauen verwende. Also vor allem Spoolies sind für mich so wichtig. Wenn ich gepatzt habe mit Mascara, kann man das wegmachen. Bei Lippenstift kannst du das wegmachen. Wenn dein Concealer-Crease, kannst du das auch damit wegmachen. Oder wenn du deinen Eyeliner nicht so gut hingekriegt hast, wie ich das hier auf dieser Seite heute hatte. Nehme ich immer diese Seite, leck die ein bisschen an. Ja, ich mache das mit Spucke. Und dann gehe ich einmal kurz hier so ein bisschen entlang, um das Ganze zu schärfen. Und mache dann wieder ein bisschen Lidschatten dahin. Und dann sieht man das nicht. Ja, herzlich willkommen. Das ist mein Leben. Wir sind hier ganz hochprofessionell unterwegs. Und wie gesagt, falls du Bock hast, kannst du mich abonnieren. Hier unten. Kriegst du noch mehr Professionalität geboten. Auch das Produkt hatte ich heute in den Händen. Das ist halt die Sache. Wenn ich sowieso durch meine Sammlung gegangen bin und durch meine Ablage, dann weiß ich irgendwie gefühlt ziemlich gut, was ich da habe. Das finde ich gut, sollte ich öfters machen. Ja. Von AHA war das Dead Sea Mud Mineral Mud Soap Produkt. 30 Gramm. Ich glaube, das habe ich bei dem Unboxing letztes Mal auch falsch mit dem Artikel begonnen. Aber das ist eine ganz geile Geschichte. Denn ich habe das bei meinen Make-Up Entferner Geschichten in meiner Boxenwelt drin. Und das riecht so geil. Und deswegen riecht die Make-Up Entferner oder Make-Up Remover Box bei mir so geil. Also ganz toll. Das ist halt ein Stück wie so eine Seife. Das kannst du aber einfach in den Händen dann so aufemulgieren. Also dass du Schaum bekommst. Das riecht mega angenehm. Einfach nach Seife. Und ja, dann kann man das halt aufemulgieren und dann das Gesicht damit reinigen. Finde ich super klasse. Das sind schon mal coole Produkte. So, weiter geht die wilde Reise. Da habe ich hier von HelloFab Coconut Water Cream. Die hatte ich, glaube ich, auch drin. Helps hydrate smooth and recharge safe for sensitive skin. Und ich vermute, dass ich letztes Mal auch keine Heft hin hatte, wo drin steht, was drin ist. Ich glaube, da war was. 9,6 Gramm sind hier enthalten. Und das kannst du für die Haut verwenden. Also fürs Gesicht. Morgens und abends machst du einfach über die gereinigte Haut drüber. Wie man eine Gesichtscreme halt so verwendet. Jo, cool. Dann habe ich hier ein Produkt drin, was ich euch schon reviewen kann. Habe ich für die Füße verwendet. Und da hat es meine Füße sogar ausgetrocknet. Obwohl es eigentlich genau dafür da sein sollte, um halt trockene Geschichten wieder aufzupatten quasi. Der Wonder Worker Multitasking Born von Blossom and Blossom. Das ist dieser hier. Mir hatten aber viele das auch, also 15 Minuten sind hier enthalten. Viele hatten mir auch geschrieben, dass sie den nicht so ultra krass geil fanden. Und eine hat mir sogar, die bei mir ein Beauty-Paket gewonnen hat, was ich individuell zusammengestellt habe für sie, geschrieben, dass sie den ganz, ganz furchtbar fand. Also eine Entfehlung quasi, kann ich tatsächlich mittlerweile leider auch bestätigen. Ja. Jetzt blinkt auch noch der Akku. Da sind wir wieder. Dann geht es jetzt weiter. Und zwar habe ich hier dekorative Kosmetik drin von Lottie London. Den AM2PM Retractable Eyeliner. Ich weiß gar nicht. Habe ich den verwendet in meinem Full Face? Kann sein. Auf jeden Fall ist es so ein herausdrehbarer Eyeliner. Ist halt eher so ein cool Kajal. Und ja. Ist gut, dass sowas noch da drin ist eigentlich, ne? Weil so ein cool Kajal kann man gebrauchen, wenn man den zum Beispiel auch als Eyeliner verwendet. Kann man machen. Von Christoph Robin habe ich hier die Mask Regenerant. Ist das hier irgendwie auf? Ne. Teure, teure Haarmarke. Regenerating Mask with Rare Prickly Peer Seed Oil. Ich habe keine Ahnung, was nochmal Prickly Peer war. Vergesse ich immer wieder. Ich übersetze mir das immer und dann vergesse ich das. Mein Kopf ist ein Sieb. Das ist eine französische Marke. Die lässt du auch nur zwei bis drei Minuten irgendwie drauf. Das ist natürlich cool. Nachdem du die Haare schamponiert hast. Genau. Finde ich gut. Und hier haben wir 50ml in diesem kleinen Pöttchen drin. Das finde ich sehr komfortabel, ne? Riecht super geil. Also das kommt auch auf jeden Fall in meine Backup-Sammlung. Auch wenn ich da schon vielleicht einen von bei mir stehen habe. Aber trotzdem, das soll eine richtig geile Geschichte sein. Und ja, das wird verwendet. Finde ich gut. So, wir hatten eben ja schon in einer anderen Box was von Polar mit drin. Und hier haben wir auch was von Polar dabei. Das ist das Cream Hydratant Ice Sauce Moisturizing Cream with Iceberg Water. 20ml sind hier enthalten. Und das Ding ist gefüllt bis... Also das ist quasi... Sieht man das? Hier ist so ein... Also das ist quasi frei hier oben. Das ist immer ein Träumchen, wenn du diese Tuben hast, die einfach... Naja. Ein bisschen irreführend sind. Polar vertrage ich leider nicht so gut in meinem Gesicht. Deswegen wird die wahrscheinlich auch weiter wandern. Aber ja, ansonsten hatten wir hier auch schon wieder sechs Produkte drin. Ich muss sagen, dass diese Boxen sich an und für sich wirklich gelohnt haben. Also wenn ich jetzt mal so, ne, das Fazit beginnen darf. Deswegen stelle ich das Ding hier mal kurz zur Seite. Ne, wir hatten sogar sieben Dinge drin schon. Schau mal. Ich wollte euch gerade Schatz nennen. Ihr seid auch alle meine Schätze. Ich rede teilweise echt so viel mit meinem Freund. Ganz easy peasy Sonnenschein. So muss das sein. Und das war ein Träumchen. Das war fein. So. Lassen wir das sein. Ich habe keine Ahnung, was los mit mir ist. Aber es ist halb elf an einem Samstagabend. Und ich habe irgendwie mal wieder, ne, ein bisschen zu viel Tralafetti in meinem Kopf. Also. Ich persönlich muss sagen, dass diese 30 Euro sich für mich gelohnt haben. Es sind alles Boxen, die wir schon mal hatten. Also wenn man Abonnent ist, äh, von der Look Fantastic Beauty Box ist und dann in diesem Mystery Sale zugeschlagen hat, kann es sein, dass man sich geärgert hat, weil man denkt, ach Mensch, ne, das hatte ich doch alle schon. Andererseits sind hier ja auch recht geile Produkte drin, wo man sich denken könnte, hey geil, das fand ich total super, als ich das im, wann auch immer, äh, bekommen habe im November. Schade, dass es aufgebraucht ist. Cool, dass ich es jetzt wieder habe, weil es ja auch hochwertige Geschichten sind, ne. Also da würde ich mich jetzt so einfach mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass das eigentlich auch für jemanden was ist, der die Boxen im Abo hat, so generell. Am allermeisten lohnt sich sowas aber vor allem, wenn man nicht Abonnent von der Box ist und, ähm, sich dann auf einen Schlag halt diese drei vergangenen Boxen bestellen kann. Und, ähm, sich einfach mal so als kleinen Teaser anschauen kann, wie die Qualitäten, wie die Marken sind, wie die Zusammenstellung von der Box so ist. Also ich glaube, dass das vielleicht so der, ähm, also diejenigen wären, die am meisten davon profitieren würden, ne. Für mich, die ja relativ viele Abo-Boxen hier jeden Monat bei sich einziehen lässt, ähm, ist es halt praktisch, weil ich einen YouTube-Kanal habe, weil, und Instagram habe, weil ich Verlosungen mache. Das heißt, die Produkte, die ich wirklich nicht verwende, werden weiterwandern. Bei mir wird nie irgendwie was wegkommen, also nur die Dinge, die wirklich, wirklich schlecht sind, im Sinne von abgelaufen oder richtig schlecht, nicht empfehlenswert für irgendwen, landen in der Tonne, alles andere. Geht an Freunde, Familie, wird gespendet, verschenke ich über Ebay-Kleinanzeigen, geht an die Tafel und so weiter. Also da habe ich wirklich viele Abnehmer, Gott sei Dank, die, ähm, ja, da auch dann einfach von mir Pakete bekommen und denen ich damit auch ein Lächeln ins Gesicht bringen kann, wie die eine Box es eben schon sagte. Ja, ähm, finde ich eigentlich, ne, eine feine Kiste und, ähm, mir hat das gefallen. Ich weiß nur nicht, ob ich tatsächlich jetzt bei den nächsten Mystery-Sales zuschlagen werde oder ob ich es nicht einfach nur teilen werde auf Instagram, um euch zu informieren, ähm, weil es für mich halt wieder, ne, ich habe eigentlich genug da. Da habt ihr vollkommen recht, die ein oder andere wird es mir safe in die Kommentare geschrieben haben und auch, manche schreiben auch manchmal ganz böse mit rein, ähm, so, hm, ja, du hast anderen die Chance weggenommen, ähm, auch diese Boxen sich zu kaufen, weil du zugeschlagen hast. Naja, also dieser Mystery-Sale, der war irgendwie eine Woche oder so online, ne, also den gab es richtig lange, da konnte man sich lange daran bedienen und, ähm, deswegen habe ich persönlich jetzt kein schlechtes Gewissen, weil alle Produkte, die jetzt hier in diesen drei Boxen drin waren, ähm, finden ihre Anwendung. Entweder bei mir oder bei irgendwem in meiner Umgebung und, ähm, ja, das war es jetzt hier von meiner Seite und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload auf dieser Seite. Noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!